So, herzlich willkommen zum nächsten Part. Es geht natürlich auch gleich weiter. Ich bin ja jetzt nicht so der Typ, der nur ein Video dreht und dann fertig. Großer Kanaldeckel. Zeitriss. Wunderbar. Beim letzten Mal waren wir so richtig gut vorangekommen. Freier Modus. Ja, da können wir eigentlich nichts machen. Wir müssen unbedingt diesen Pass finden. Ein bisschen Kohle habe ich ja jetzt wieder. Ladebildschirm, Ladebildschirm, Ladebildschirm. Oh yeah. So, die Frage ist... Ich finde das Habern aber trotzdem toller. Der neue Hut ist zwar ganz lustig, aber ich muss ganz ehrlich sagen, gefällt mir trotzdem. Nee. Brauche ich nicht, danke. Hier geht's runter. Aber das passt schon. Hauptstation. Ein Zeitstück, das habe ich aber schon. Nee. Keine geheime Kombi verfügbar. Geheime Kombi ist verfügbar. Pommes, Burger, Fleischbällchen. Oh, Erfrischungsgetränk. Ich würde sagen, Pizza und Erfrischungsgetränk vielleicht. Ich weiß es nicht. Ich probiere es einfach mal aus. Pizza-Menü. Pizza-Soda. Ein karbonateter Drink in einem großen Container. Der große Soda bleibt der ungeklagte Hero der Moderation. Ein akzeptabeles Pizze in den Augen deines Viertens. Nur eine kleine Schuhe von Blattmühlen. Pizza-Slicke. Um... Super. So, Hauptstation haben wir eigentlich fertig. Sieht schon cool aus. Gibt's hier irgendwas? Nee, ne? Okay, wir können hier nicht... Wir können auch nicht tauchen. Okay. Alles klar, wir können hier nur planschen. Gibt's hier irgendwas? Nö. Gut. Hier gibt's sonst nichts, ne? Hier kann ich auch nicht weiter. Nee, alles klar. Da kann ich... Also, ich kann hier nicht weiter. Ich kann hier nicht hoch. Hier runter komme ich auch nicht. Okay. Irgendwo muss ich mir doch diesen Metro-Pass besorgen können. Hallo, brauchst du den Metro-Plan? Ähm. Ach, Mist, ich kann das nicht skippen. Okay. Die geben mir nur den Metro-Plan. Erstmal nicht. Ich würde es gerne am liebsten erkunden, weil ich finde, das gehört einfach so ein bisschen dazu. Ähm. Haben die mir noch was zu verkaufen? Nein. Der holt sowieso wieder nur rum, wenn ich mit Dingsbums komme. Oh, geheime Kombi. Ähm. Das wird mit Reis gesendet. Vielleicht Reis und Tee, Kuchen und Tee. Weiß es nicht. Oh, bei fünf Sachen ist es natürlich auch eine schwere Auswahl. Warte mal, geht's hier irgendwie? Ja, die Frage ist, wie komme ich... Ah. Ah. Kann gerade nicht reden, Kleine. Bin beschäftigt. Ich hatte versucht, einige E-Mails zu schicken, aber das Signal hier unten ist schrecklich. Ja, so ist es. Neuen Sticker. Must-Hedge-Girl. Gibt ja einige, die das Mädel total toll finden. Aber sie hat die Kleine um ihren Juwelen beraubt. So. Habt ihr mit mir... Habt ihr mir was zu sagen? Nein. Überall dieses Gemaunze. Nein. Meow. 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 Ah, hier gibt's den grünen Metropass. Willst du ein Ticket kaufen? Klar. 25 nehme ich mit. Super, da kann ich jetzt rein. Wunderbar. So, die Terze nehme ich mit. Weil... Baum. Da gibt's das Zeitstück. Ist schon echt geil hier. Ich fühl mich hier wohl. Eine schöne Map. Sehr schöne Map. Die gefällt mir auf jeden Fall. Dass Sushi hier so riesengroß angepriesen wird, wundert mich bei den Katzen irgendwie gar nicht. Die Frage ist, wie komm ich da hoch? Ich glaube, ich weiß wie. Ich hab den grünen Metropass. Das ist schon mal ganz gut. Jo. Das hab ich mir gedacht. So. Jetzt muss ich irgendwie da rüber. Ähm. Da hinten vielleicht hin. Oder ich probier einfach mal den Eishut hier aus. Nein, ich will nicht runter. Ach, scheiße. Das sieht so mit dem Eishut so lustig aus. Kirsch-Soda? Ja, die Farben kaufe ich natürlich so gut ich kann. Oh, gelb-schwarz könnte auch geil sein. Kleine, freche Biene. Oh, super. Oh, Pizza. Wirefair. Seinig sieht nicht fertig aus, aber ist heutzutage cool. Geil. Oh, herrlich. Ich hab vergessen, den Timer zu starten. Scheiße. Egal. Ich seh jetzt aus wie ein Pizzabote. Okay, ich kann mir aber nichts mehr leisten. Aber ich zieh trotzdem... ...den an. Jo. Warte mal. Kann ich hier irgendwie... Ja. Gut. Hat doch geklappt. Ähm. Kann ich hier irgendwie lang? Ganz langsam? Definiriere ganz langsam. Ich renne hier durch wie so ein Bekloppter. Komme ich da hoch? Ich könnte natürlich da und da, aber ich könnte auch versuchen irgendwie... Der Zug ist relativ lang und kommt recht oft. Okay. Sushi! Ja, geil! Schön! Haha, wie sie sich freut. Okay, das sieht man jetzt wegen der Maske nicht. You know the deal. You know the deal, kiddo. Fork it over. Treibt nicht zu weit. Oh, die ist so traurig. Du bist nützlicher, als ich dachte. Du bist nützlicher, als ich dachte. Mach weiter so, Kind. Ich werde dich reich machen. Ich lege großen Wert auf Loyalität. Jetzt mach dich bezahlt und finde mir ein weiteres. Selbst falls du unter Gulli-Löcher schauen musst. Zeitstücke, die die Zeit anhalten, werden sie zerbrechen. Benutzt du für deine Arbeit. Das ist mir schon klar als Juwelier. Dieb. Verkaufst den Leuten die Sachen. Und dann holst du sie dir zurück. Das ist mir schon klar. So. Den grünen Metropass habe ich. Das bedeutet, ich kann da, wo es grün ist, hin. Aber wenn ich jetzt die Asiat-Japanisch könnte. Obwohl, ich glaube nicht, dass das eine gängige Sprache ist. Oh, da ist noch ein Sticker. Wie komme ich denn da hin? Von da oben. Super. Ist also immer auf den Bobbiss gefallen, aber das geht schon. Ähm, ernsthaft? Ich kann am... Geil! Mit Geld bündeln. Auch ehrlich. Ich werfe das Geld weg. Tanz für mich! Okay, dann halt nicht. Cool! Oh, schön. Dieser Humor. Ähm, die Frage ist, wo muss ich langen? Wo will ich langen? Wo soll ich langen? Ach so, ja, nee. Das geht ja so nicht. So, in die grünliche Station. Ach so, ja, okay. Du kannst nicht quatschen, das ist mir schon klar. So. Ja, ich sehe das kleine Kind hier rumrennen. Und es tut nicht viel. Oh, geil! Hexenhutflair. Geil! Friedlicher Anstecker. Endlich Ruhe und Frieden. Wann auch immer du tanzt. Oh, geil! Ja, bestbesuchtes Restaurant. Wegelchen, hm? So. Interessant. Was haben wir hier? Nichts. Nur ein Kiosk. Ich verstehe. So, hier kann ich den also ein bisschen abschütteln. Perfekt. Hast du auch diese komische Katze rumlaufen sehen? Hä? Nicht? Die ohne Fell? Ach so, die. Ich glaube, die ist eine dieser Spinks-Katzen. Okay, hier ist also einfach nur eine Treff-Metropole. Hier ist wieder eine geheime Kombi verfügbar. Äh, Shio-Ramen. Katsu-Ker. Kuchen und Tee vielleicht? Meine Ramen ist ja eine Nudelsuppe, die man eigentlich... Die man eigentlich jetzt nur mit einem Glas Wasser wenn überhaupt trinkt. Vielleicht Tee oder so noch. So, ähm... Hier gibt's noch... Super, noch einen Sticker gefunden. Immerhin etwas. Kommen ich da rein? Ne, okay, 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 okay. Dann muss ich da anders lang. Ja, ja, miau, miau. Hast du mir noch was zu sagen? Ne. Hang in there, Baby! Ja. Einfach... Dich reinhängen. Was ist das? Ah, okay. Werbung. Muss ich da runter? Ja, ne? Aua! Oh, war das gemein. Na gut. Warte mal, ich muss nur noch was gucken. Gibt's hier oben irgendwas? Ich könnte's probieren. Aha. Hehehehehe. Nein! Oh, Mist. Okay, das wird also wieder ein knappes Zeitabpassspiel. Oh, war das mies. Hier komm ich nicht rein. Hier geht's weiter, aber hier kann ich mir ein bisschen Energie holen. Ja, nehm ich mir mal einen Kuchen. Ich hör doch im Hintergrund dieses Dingsbums. Ein süßes Baby? Winkie. Ne. Okay. Doch, ich hör's. Da ist es. Er hat also ein kleiner Räuber sein Lager. Super. Ich hab keine Ahnung, wie lange wir schon dran sind. Ich hab keine Ahnung, wie lange, wie lange ich dir sein kann. Ich hab keine Ahnung, wie lange ich mich überraschiert. Nein, ich bin nicht. Ich versuche. Ich versuche. Ich werde niemals auf deinen Kuchen. Ich werde niemals auf deine Kuchen. Dann warum ich deine Katzenbeizung habe? Eieiei, gut gemacht. Meine Organisation kann immer mehr Leute wie dich gebrauchen. Hier ist ein kleiner Platz für dich, vorausgesetzt, dass du mich nicht entfeuchst. Dennoch habe ich gehört, dass meine kleine Sammlung nicht ganz vollständig ist. Also mach weiter und sei gründlich. Ich werde das so alles durchsuchtsverstanden. Jo, ich habe nur keine Ahnung, ob ich da schon richtig bin oder nicht. Naja, ist egal. Ich würde sagen, macht's gut. Passt auf euch auf. Und wie nein. Na gut, dann nicht. Deiner hat nein gesagt. Dann machen wir noch ein paar Minuten. Hier fehlt noch ein Zeitstück und ein Metropass. Ja, da kann ich ja nicht nirgends anders lang, oder? Kann ich da irgendwie hoch? Was war das denn? Geil. War doch lustig. Ah, die feiern also, wenn ich das schaffe, ohne Dingsbums. Okay. Okay. Bin ich hier runter? Du hast mir ein Geheimnis schon verraten. Ich muss da lang. Ich muss da irgendwie rein. Die Frage ist, ob kriege ich diesen gelben Metropass her. Vielleicht hier, aber ich glaube nicht. Nee. Oh, Eiscreme-Sandwich. Oh, lecker. Eis. Cookies. Alter, die Kleine wird noch fett hier. Pizza, Burger. Oh, warte mal. Was gibt's hier? Geheime Kombination. Kaufen wir mal. Vielleicht gibt's ein Burger-Menü oder so. Geil. Obwohl einige eine Fleisch-Anternative. Oh, ehrlich. Schade. Ich muss nach da oben. Ja, hm. Schön. Na gut. Probier's mal nach hier oben. Wow. Boah, Subway-Server lässt grüßen, ey. Okay, ich weiß, wo ich lang muss. Hier gibt's den Pass. Ein bisschen Ticket. Ja, auf den Zehner nehme ich mit. Super. Jetzt muss ich irgendwie nach da oben. Ho, 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 ho. So, Mr. Miau-Miau, nehme ich mal mit. Ich muss irgendwie hoch. Das bedeutet, ich muss auf diesen Zug. Kann ich irgendwie... Nee. Geht das? Oh, ja. Ich hab ne Token-Münze gefunden. Was haben wir hier? Nein. Ich komm klar. Yay. 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 Hey, du siehst aus, als hättest du einen guten Geschmack. Welche Serie ist die beste von Agile Sweet Free Gun? Doppel... Titter. Doppel-Titter. 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 Ja. Ah, gut. Du bist ein Schlusskind. Ja, ich hab ja keine Auswahl gehabt. Ähm. Okay. Okay, 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 okay. Hier bin ich also im... Ähm, jo. Nein, ich wollte doch da... Ach, kacke. Ich hab keine Ahnung, wo ich hier bin, aber ich glaube, wenn ich runterfalle... Warte mal. Aha. Dieses gierige Must-Hedge-Geld, guck's dir an. So, ähm, ich muss da nach oben. Das bedeutet... Bin ich dann hier? Oh, ernsthaft. So, hier kann ich jetzt durch. Super, was haben wir hier? Nichts. Mitru-Übergang. Okay. Hier war ich doch schon. Wow! Danke, Kätzchen, dass du mich gewarnt hast. Ähm. So, ich muss da irgendwie hoch. Ich weiß auch einigermaßen, wie. Ich nehme natürlich den... Das Katzengesicht, das ist ja wohl klar. Und diese Dinger kann ich mich dranhängen. Hallo, ich hab doch... Oh, Mann. Ich hab doch X gedrückt. Komm ich hier dran? No, warum... Ich hinterfrage es nicht, warum ich da jetzt gestorben bin. Ich hätte auch runterspringen können. Wollte eigentlich gedacht... Ich hab mir eigentlich gedacht, okay, bevor du jetzt hier komplett... ...den Abgang machst, holst du dir noch den Zicker, der da glänzt. Aber irgendwie... Ja! Wollte das Spiel erst nicht. Gut, ich bin jetzt hier oben. Die Frage ist, wo komme ich denn lang? Hier. Gut. Das war's aber für heute. Mit dem Part. Danke fürs Reinschauen. Macht's gut, Leute. War cool. Ja, das... Das nehmen wir noch mit. Noch? Nö. Ich finde das immer so ein bisschen ärgerlich. Du weißt, das Spiel, Junge. Hände es vorbei! Ein Fünftest überrascht mich immer weiter. Wie gefällt es dir hier in der Metro? Hier sind Leute von überall. Der perfekte Ort für ein paar Lügen. Ein wenig Schummeln. Ein bisschen Diebstahl. Du hast ja schon fast einen richtigen Anteil an dem Ganzen verdient. Aber auch nur fast. Jetzt muss ich da runter. Würde aber sagen, jetzt reicht's. Komm, wir haben heute genug gemacht, Mädchen. Oder? Danke. Ja, also dann. Macht's gut. Bye, bye. Bye. Bye.